Hallöchen und herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge, also zu einer weiteren Folge. Die erste Folge, äh, PC Bild durch Simulator. Äh, ich kann es noch nicht richtig aus sagen, aber wem. Äh, so, äh, die andere Sache, äh, das andere Safe Game ist irgendwie weg und das halt... Fangen wir nochmal von neuem. Packen wir den. Ich weiß zwar auch noch n... Ich weiß zwar auch nicht mehr, ob's, äh, ob's mir ich wirklich... Äh, Bacteria's, Ours... Äh, Combat... Riff... Gut, äh, da müssen wir nur die Viren. Äh, Viren, Viren, Viren... Viren... Klar, ich guck schon drauf, verdammt den Scheißen. Ähm... Stücker Hanne... Und Renne... Somit. Renne... 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 Ich hab mir gedacht, ich muss ein, 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 äh... Ein einfaches, äh, ein Video machen... Das Spiel gefällt mir einfach so gut. So... Gut umgeben... Oh... Ich muss... So, haha... Was ist das jetzt noch zu wissen? Oh, man... Fail ist ja auch anders schon wieder. Aber kann ja mal passieren. Äh, so, dann wär's ja I gewesen. Ich hab nichts mehr alles im Kopf, weil... Ja... Ich hab wirklich nichts mehr alles im Kopf, weil... Ich hab wirklich nichts mehr alles im Kopf, weil... Ja... Ja, ist ja schon... Bisschen Zeit her. Äh, war bis das letzte Mal gespielt. Aber... Egal, ich krieg das schon irgendwie jetzt. So, jetzt nur noch abgeben... Äh... Machen wir jetzt einfach. Hahaha... Ganz hinten hier die Ecke stellen... Ähm... Ich glaub' ich immer leider noch nicht auf Deutsch. Dann muss ich nur gucken... Ob das geht, aber ich glaub' das geht nicht. Nehmen wir... Äh... Also... Oder better... Äh... Ein 79er. Und... Äh... Das ist keine Ahnung. Aber... Auftrag ist angenommen. Äh... Das ist nur ein Viren. 500... Äh... Äh... 500... Ja, das ist kein Thema. So, dann machen wir das... So, dass wir... Ähm... Die Sachen bestellen... 500... Der... Der will nichts... Und der will... Äh... Ich weiß nicht, was ist denn meine... Auf jeden Fall... Das ist ne... Okay... Shop... Ah... So, wie heißt die... Gut... 970er hat er gesagt... Gucken wir mal... Gucken wir doch mal... Wo sind die 79er? Hier... Wie wären die 79er? Die hier... Als 280... Und der 265... Es ist ja untergestellt... Oh komm... Ne war die... Für die äh... Lippischen... Star... 500 hat er gesagt... Ne... Wartige... Sonst ist ja nichts mehr... Äh... Nächste... Alles klar... So... Super... Ah komm... Dann müssen wir jetzt mal... Lüte machen... Und... Schlafen gehen... End to day... Ne... Steht ja schon alles... Soll sie sein... Wer ist denn... Kommt irgendwas Ding gerade... Der ist schnell gemacht... So... Wo komm ich das mit... Bisschen dran... Das ist das für eine Kiste... Das... Ich glaube ich vorne aufmachen... Und dann... Ne... Dann muss ich doch finden... Ich muss mal... Ganze... Pizzi drehen... Nicht besser dazu... Hätte noch 120er drin gehabt... Aber komm... Komm... Also... Ist ja nicht so geizig... Das ist ja schon wieder... Voll auslassen... Das ist ja... Okay... Hier ist doch mal ein Star... Strash... Kann ich wieder anstecken... Kann ich wieder anstecken... Nichts mehr... Okay... Äh... Das heißt... Nochmal laufen lassen... Wie... Oder... Achso... Mir gefällt das Spiel irgendwie... Deshalb... Will ich einmal... Let's play machen... Ich hab ja alles zum Multiplayer... Gewandelt... Läuft besser... Achja... Und... Ich hab ja ein neues... Aufnahmeprogramm... Das ist... Wirklich Premium... Das... Wirdet ihr noch sehen... Bei den nächsten Video-LS... Weit hin... Findet ihr es jetzt auch gerade... Deshalb... Das soll ich eigentlich nicht stärken... Äh... So... Nochmal... Start... Gut... Ist fertig... Bereit zum Abgehen... Wer hat der für ein Problem... Der muss man starten... Und die Dings da... Und die Dings da... Nehmen wir mal die... Die hier... Das ist die... Grafikkarte aus Toschen... Und laufen lassen... Nachträglich... So... Grafikkarte... Äh... Ach... Die... Die ist kaputt... Die ist richtig... Äh... Sonst noch Kabel anschließen? Glaub ich auch nicht... Es gibt ja... Grafikkarten... Da muss man Kabel anschließen... Äh... Ich hab so eine Grafikkarte drin... Die 580er... Äh... Hab natürlich den Satz... Man muss noch hier... Einstecken... Und hat noch Kabel dabei... Zwei Stück... Wo sind hier... In etwa... War... Ich find's... Äh... Ich glaub das ist... Äh... Weil die mehr Strom verbraucht... Auch... Ich hab noch nicht gerade... Ich bin jetzt auch nicht gerade... Ich bin jetzt auch nicht gerade... Der Pro... In... Äh... Weiss nicht... Was ist... Äh... Und... Virus ist hier... Okay... Wollen wir das mal so... Dann stecken wir schon mal... Äh... Kabel können... Äh... Und... Ich bin zwar... Vorne... So... Weil... Hier muss ich pratschern... Ja... Ja... Okay... So... So... Ich bin jetzt zu vergesst... Wie ist das mal... Aber ist nicht so schlimm. Es ist ja nur ein Steak. Mir gefällt das Spiel extrem. Man hört mich hoffentlich richtig. So soll sie gut sein. Oder? Gut, die drei weg damit. Virus ist kein Thema. Er hat neue Sachen bekommen. Aha. Der da ist, äh... Clan und Rapparee. Hier, correct. Das geht auch hier durch. Und der updated auf... Na, auf jeden Fall brauchen wir aber nur was. Hm, 16 GB. Oh. Zweimal acht. Könnte ich mal kaufen. Runter. Und von denen 80. Und von denen 80. auf jeden Fall kam. Hähä. Ich bin nicht. Einmaler. das ist kein Treffer, ich bin nicht hinter mir. Ich bin nicht es nicht. Was ist der Fall? Warum nicht? Das war ein Stad... Ich bin nicht gedacht, sondern ich bin nicht Berlin. Hallo! Ah, das ist ein bisschen unkoppelt. Okay. Es gibt einen Fünfziger Tee. Ah, die sind interessant. Ah, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017